Okay, müssen wir da mal gucken. Ich muss den Silveteam mal schon mal gleich runter, das wird eh wieder zu schnell sein. Ah, jetzt hab ich's geschlossen, ich Idiot, ey. Neues Spiel. Mal gucken, wird gelatt. Wird gelatt. Sieht mir nach Intro aus. No more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. Hola. Ja, es wird schon besser so, boah, aber es sieht ziemlich sick aus. Ich dachte, es hat gar keine gute Grafik, aber es sieht eigentlich ganz okay aus. Oh, mein Kopf. Ah, dieser Schmerz, ja. Haben wir jetzt vielleicht Strom? Ah. Oh. Ja, wir haben Licht. Oh, Jesus, Alter. Immer den Elend hinterher, so war's schon immer. Hola. Oh, oh. Spooky. Just do it. Alter, Entikon aus dem Licht. Oh. Oh, wir kommen nur in Diemse Tür rein. Hier ist aber sonst nix irgendwie, was ich brauche. Was für ein merkwürdiges Ding. Oh, nee. Wir sind breiter. Wir sind breiter. Oh, Jesus, Alter. Nichts und bei dir. Ja, wie du siehst, schon wieder ein komplettes blödes Spiel rausgesucht. Oh, oh. Irgendwas habe ich ausgelöst. Oh, hallo. Du hast einen Mund auf deiner Stirn. Und du bewegst dich. Oh Gott. Jetzt habe ich locker was aktiviert, was ich nicht hätte aktivieren sollen. Wer bist du? Wer bist du? Äh, ich bin, ich bin Frank. Frank Gilman. Ja, okay, das haben wir vorhin auch gesehen schon. Ist das so? Ja. Tatsächlich ist das so. Ist das so ein Problem mit dem? Mein Name ist Frank Gilman, ein Anthropologer, die mit dieser Expedition auf der Invitation von Venerable Dr. Faust selbst. Ah. Äh. Okay, lass das mal auf. Oh, Jesus Christ. Wow. Das war noch creepier, weil ich nicht gesehen habe, was da gerade passiert ist, Alter. Das Ding ist, du wirst eingefroren sobald du so eine Zähne auslöst. was also ist es die kantine das ist immer dieser abschlachtplatz wo es komplett eskaliert das gulasch sieht auch nicht mehr gut aus ich kann mich nicht bewegen kann nur die kamera bewegen ok gott sei dank das antlitz ja ok alter wenn ja wohl kaum jumpscare direkt einbauen im safepoint das sieht man irgendwie so nach dem herz was auch immer aus das ist mir sehr suspekt ok bevor wir rumlaufen fangen wir mal links an hat sich geklärt ok ich glaube der will dass wir da hingehen dann lassen wir es mal erst noch sein oh ne die musik geht weg ich will sagen es läuft von dir weg true ihr piept etwas und die musik ist weg das ist im büro abgeschlossen das ist so Musik 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 Das hier ist immer verdammt verdächtig Oh Jesus Alter Na du kleine süße Katze Die bestimmt nichts machen wird Und man Ja Jetzt erst so ein Schottmoment Jetzt so eine süße Katze Ja hier ist alles fein Das Licht flackert nur ein bisschen Komplett keiner Gefahr Weil ich hier drauf gehe Sehe ich schon gleich wieder Schatten groß wird Deswegen komme ich gleich zur Katze Oh die Pflanze frisst mich vorher auf Oder die Katze, man weiß es nicht Auf jeden Fall wird sie was auffressen Oder Mich Giften scheiße die haben die Tür zugegangen Ey Jetzt machen wir keinen scheiß Katze Das war so k Ja Jetzt steht bestimmt immer hinter mir Und der mir dann doch hilft Oh ne warte wir können das bewegen Oh Oh Nein Bin ich zu spül bewegt oder Oh Jesus Alter Oh Okay wir scheinen jetzt wieder erstmal safe zu sein Ah nur hier kann wir jetzt sein Cool Oh Oh Was ist das? Ah ah Das wird uns auffressen Nom 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 Oh Oh Oder wir sind komplett woanders I believe No more Can we harbor ourselves On the safest shores For There are things That cannot be undone Oh das Schatten sitzt da I think you should retire to your room I I am going to see a bit more Weil es auch nicht schon creepy genug ist Weil es auch nicht schon creepy genug ist, wa? Wir sind zurück Backkarte Alter wenn solche Viecher gleiche auf uns Dazu kommt dann äh Golem Fragezeichen Also wenn solche Viecher auf uns zukommen dann gg Ach da ist der äh Fahrstuhlhebel Okay dann lasst uns mal zurückrennen Mal gucken wo unser Buddy hinwollte Mal gucken wo unser Buddy hinwollte Weird, oder? Right I don't know if you can hear me but Das war komisch Das war komisch dass ich die Tür nicht zukrieg Das war komisch dass ich die Tür nicht zukrieg Ich das am äh funkerier gerade Hey Hey Can you hear me? Hey Hello Hallo Jetzt können wir den Tür schließen Was ist es? Let's go down Ich bin theoretisch auch hochgekommen Doch ich war äh zu freilig So So Hier sind wir Ausgerüstet mit dem Schlüssel Weil das ich das vorher nicht wusste Dass ich das vorher übersehen habe Hier Ich hab da sogar drauf geguckt Ich hab mich nämlich äh Ich fand diese Zacken nämlich interessant Scheiße Genau Jetzt noch ein Stück Jetzt ist es nämlich auf den Ranken Genau so habe ich es mir gedacht Genau so habe ich es mir gedacht Oh man Oh alter Oh The same set of symbols We've seen in strangely carved niches All around here Matches with what is written in the oldest parchment I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant Mhm So 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 Okay Äh Äh Ja gut wir haben solche komischen 5 Dinger ne Damit wahrscheinlich beeinstimmen Aber so richtig Wo man sie platzieren muss Weiß ich dadurch trotzdem nicht Wie ist das? Ah Oh Okay Äh Äh Okay jetzt müssen wir dieses Notizbuch scheinbar machen Aber guck mal wir haben es sogar Oben links die drei Punkte in der Mitte Oben rechts die anderen drei Punkte in der Mitte Drei Punkte in der Mitte Äh Drei Punkte in der Mitte sind da Äh Äh Das kommt da Oben dieses komische abgeknickte die Sonne unten links und die Welle unten rechts Das da Das da Das da Das da Das da So Jetzt nochmal drehen Oh Irgendwas haben wir geöffnet Oh 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 Gott Oh Gott Oh Gott Mal gucken Mal gucken was gleich vor unser Nase steht oder hinter uns oder schlaff mich tot Oh Gott Ich bezweifle dass es so entspannt jetzt da rein geht Oh Vielleicht auch nicht Dann wird uns aber gleich definitiv was im Wasser erwarten Dann wird uns aber gleich definitiv was im Wasser erwarten Wie viel gruselig aussehen zwei Lichter da Da wird aus wie so ein ganzer Mensch Wie so ein Monster Oh Da ist unser Monster Oh hier sieht das aus wie ein Kopf und das und die zwei Augen Oh Oh Ich wusste es sogar So Und hier muss ich irgendwie Die Kälte aufhalten Das war ja am besten wahrscheinlich wenn ich das anmache Aber frag mich nicht wie ich die anmache Ich weiß nicht hier ist gerade alles nicht so Oder Ah Es wird nicht so Ich kann es nicht so Versuchen wir nochmal so Versuchen wir nochmal so Aha Ich glaube der ist es Der Moved Ich glaube der ist es Der Moved Jetzt strahlt er im nicht Da will ich eigentlich hin genau Achso mach da sogar Okay Dann nimmt die Sonne und macht sie da unten die dinge leuchten weil es aktiv ist sehr geil erst mal kommt der sache näher okay so jetzt müssen die kranken vielleicht weggegangen sein ja das sieht doch nach dem aus was wir brauchen aber interessant dass wir ein kristall überhaupt wieder mitnehmen können aber gut ich lass das jetzt mal so im raum stehen und stöpsel den mal wieder drauf zack da kommt eine zwischenzähne was sind das für weird fücher und hier sind die vier golems auf einmal dass sie jetzt uns nicht begegnen und das ist einfach nur zähne bleiben die gleiche sete of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment i believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant und da heute passiert wie gut blind who will pop die mond die Seid ihr jetzt halt durchgegangen oder was? Das Symbol ist genau das gleiche als das, was ich in der Vision gesehen habe, über die Repetition von spezifischen Symbolen in den Kavernen, unter der Basis. Ich erinnere mich nicht dieses Symbol. Das Symbol auf dieser Stein ist unlegbar. Oh. Ja, lecko Mio, Alter. Auf den Scheiß muss man erst mal kommen, dass man so weit noch mal zurücklaufen muss, wenn man schon ganz vorne ist. Ey. Wow, jetzt bricht alles ein, ja, das habt ihr super hingekriegt, ey. Ah, jetzt ist er zu. Jetzt haben wir Ruhe hier. Ist nicht das abgezeichnet? Ah, okay, 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 okay. Sieh zu. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Oh Gott, was das alles? Eine Vision vielleicht? Ich denke, es hat irgendwie etwas zu tun mit den intensiven Händen. Oh Mann. Ich sollte mal weniger saufen. So. Eins zu eins zeichnen. Zu dumm fürs Malen nach Zahlen. Berührte Steine mit den Linien. Aber dann kann ich ja nicht eins zu eins zeichnen. Wissen wir doch nicht erzählen. Ah, warte mal. Hör doch mal auf hier. Ah, vielleicht muss ich noch einen weiter nach unten. Willkommen der Sache näher, Jungs. Das kann sie nur noch um Stunden handeln. So ist das richtig. Aber was will denn der dann noch haben? Hä, ähm, sind das nicht? Bruh. Das macht es mir auch nicht einfach hier. Also. Jetzt mal nur Front, ne. Aber. Die Linie. Okay, nichts. Hm. Also die Linie, klar. Die Linie, habe ich jetzt auch gecheckt. Klar. Aber jetzt müsste ich doch theoretisch die noch verbinden, oder nicht? Oder bin ich... Wahrscheinlich ja, aber... Ich muss die andersrum zeichnen. Okay. Es geht sogar um die Reihenfolge mal. Da muss auch ein Schwein erstmal wissen. Danke, 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 danke. Kann man auch mal applaudieren. Das war vielleicht nicht der schlauste Weg zu gehen. Oh ne, jetzt kriegen wir Feinde noch dazu. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Wird es gestorben, oder nicht gestorben? So etwas von der Art. Oh ne. Oh. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jetzt ist halt die Frage, wie wir da lang kommen. Fuck me shit, I'm out. Wir sollen jetzt nicht zu viel nach hinten gucken, wir sollen einfach durchrennen. Dann lässt er uns endlich laufen. Ich glaube wir sind einfach schon zu weit nach vorne gerannt, wir können doch gar nicht reden. Ach. Können wir, ich müsste nur noch mal Leute triggern. Jetzt ist die Frage, wo wir hinrennen. Was ist denn noch einer? Was ist denn noch einer? Was ist denn noch einer? Lass mich in Ruhe. Ich habe euch gar nichts getan. Ich glaube wir haben sie abgehängt. Kann ich den hier eigentlich auch noch triggern? Oh. 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 Oh lecker, lecker. Oh Jesus Christ. Wir haben ja auch schon gehört. Oh. Oh, immer schwer. Ja. Ich habe Merkel die Hand geschüttelt. Wir sind jetzt richtig eng. Aber nein, ihr habt nichts verpasst. Außer, dass ich von den Viechern weggerannt bin, wie ein Bekloppter und dann am Ende trotzdem gefangen wurde. Und das gar nichts ausgemacht hat. Was geht, my boys? Mein Herz 1 zu 1, ey. Aka, du warst zu langsam. Aka, ich konnte nicht weiterrennen, weil es mich nicht gelassen hat. Oh, hier gehen Lichtschuhe an. Oh, oh, stinky. Okay, weird. Weird. I believe no more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I'm having to do some who. Hell over. Frank, don't panic. Da war was hinter dir. Ja. Ah. Deliberately preserved heads from... ...from... ...so. Das habe ich nur unterbrochen, sorry. Aua. 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 Deine Vorstellung. Ein Krokodil. Ein Krokodil. ...one of the oldest creatures still living on the face of the earth. Krokodile sind eigentlich schon ziemlich krass dafür, ne? Dass sie schon so lange existieren. A medicine man mask. Die Sacrifice-Ritual-Mask. ...from Middle-Afrika. Nimm es mit. Ja, ich würde eigentlich... ...Krokodile sind halt mega cool. Aber kann ich? Ne, kann ich nicht. Einfach so ein Krokodil untermachen will. Ey, ich will das mitnehmen. Machen wir bitte. Ich will was haben. Als Erste könnte ich mir noch erklären, diese Sonne, aber der Rest nicht mehr. Jetzt muss ich noch irgendwie nachgucken, was der Rest war. Und das. Wer machte erst dieses Ge... ...Mond. Mond, ja okay. Und das. Ähm, was ist die Frage? Also okay, Mondgöttin war hier nochmal. Aber, ähm... Was zu einem... Zusammenhang ist denn das, bitte? Konservierte Köpfe aus den mesopotamischen Sumpfgebieten. Konservierte Köpfe. Die Maske einer allmächtigen Mondgöttin, die von einer längst vergessenheit geratenden östlichen Insel stammt, angehören zu sein. Okay, das könnte vielleicht der Mond gewesen sein. Zusammenhang ist mir noch ein bisschen unklar. Und das letzte Symbol. Kreis. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ist auch egal. Einen kriege ich auch nicht mit hier, aber der ist eh ein bisschen weiter links. Scheiße, jetzt ist es egal. Ganz gut um mir. Mir geht's auch ganz gut, würde ich sagen. Je nachdem, ob wir das jetzt mal hier so langsam hinkriegen. Oh, Alter, meine Fresse. Ah, nee, du. Oh, warte mal. Was haben wir hingekriegt? Ich wollte eigentlich den Outrunner machen, aber aus Versehen habe ich das richtig gemacht. Aber egal. Man muss es ja nur... ...richtig machen. Das Ziel ist das Ziel, sage ich mir noch. Oh, wir kommen jetzt in unser eigenes. Ich hoffe, ob wir es wollen. Macht's überhaupt nicht creepy. Das ist der Preis, wir müssen uns für unsere Transkretungen bezahlen. Der Preis zu werden, um zu brechen weg von den Limiten des Mörderes und in die Arkaner von Consciousnessen, die viele haben trod. Ah, was ist das passiert? Du war naiv, um zu verbrechen, unsere truesten Asperations zu verbrechen. such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose an tür i definitely lost my mind yep das hast du komplett oh, 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 oh ich glaube, den sollten wir nicht zu nah gekommen gerade sein ok, wir können den schubsen, aber es machen nix oder sowas in der richtung wie tat gefährlicher, so wie ich gerade bin uo oh 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 Wofür unser Armband ist, da ist sie immer noch nicht so richtig. Ich bin der Blumen, ey. Hi! Ich bin der Blumen. Ich bin der Blumen. Ich bin der Blumen.